Letzte von 150mm ist die Blockade Wasserfahrer. Dann fahren wir mit römischem Licht. 8 Schuss Red Hat mit Goldtail. 9 Schuss Red Hat mit Goldtail. 9 Schuss Red Hat mit Goldtail. Single shot, red-green Strooptail, with green mine. Single shot, silver to green corset, with purple mine. Acht shot, silver to red corset. Single shot, silver to red corset. Acht shot, silver to red corset. Acht shot, silver to red corset. Der nächste 100 Schuss Kickbox, Red Steamerick. Der nächste, ein Kleinkake, 36 Schuss, 30 Millimeter. Der nächste, 90 Schuss V-Shape Coconut Pisteo mit Dragon Egg. Dann kommt ein Kleinkake. 25 Schuss, 30 Millimeter. Dann kommt 100 Schuss Blumengarten. Der nächste, 49 Schuss Crackling Corset. Dann kommt ein neuer 40 Schuss, 30 Millimeter Variety Corset. Der nächste, 100 Schuss V-Shape Blue Pisteo mit Flying Fish. Der nächste, 50 Millimeter Variety Corset. Der nächste, 100 Schuss, 30 Millimeter V-Shape Blue Pisteo mit Waving Veloz. Der nächste, 50 Millimeter V-Shape Blue Pisteo mit Waving Veloz. Der nächste, 50 Millimeter V-Shape Blue Pisteo mit Waving Veloz. Der nächste, 50 Millimeter 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 Veloz. Vielen Dank.